Ist da eigentlich die ein... Boah, es ist riesig. Ja, und auch noch viel auf dich, meine Liebe. Schnell weg. Also... Ah. Ah, die Blatt. Hat sie das gehört? Auf dich. Oh, nee. Wir hätten uns verstecken sollen. Oh, das war extra. Jetzt machen sie erstmal hinten. Den Käfig zu Brei. Okay. Okay, ist halt umgespeichert. Das müssen wir jetzt nicht sicher wahrscheinlich wegmachen, oder? Das... Irgendwie? Ach da. Wir haben... Wir können uns ja nicht hochhalten, gell? Wir haben ja nichts. Aber einfach so sterben tun halt auch nicht. Ich muss nur an ihnen vorbei. Ich muss nur an ihnen vorbei. Und die... Ach man, die checken es auch, wenn man unter denen ist. Jetzt sind wir tot. Aber immer im... In der Wand drinnen. Speicherstein. Wenn wir jetzt wieder von vorne anfangen... Okay, nee. Zum Glück nicht. Okay. Okay, weil da ist eins. Ah. Das müssen wir kaputt machen. Da unten. Wir warten aber noch kurz, bis wir wieder hier... ...weil klar im Sinne sind. Was? Ach so. Ah, x ist einmal drehen. Okay. Aber fällt das nicht auf, wenn die ganze Zeit die Lampe an ist? Von der... Ah, verdammt. Ach, Mann. Ey. Ach. Das ist so... Das gibt es einfach nicht. Das ist doch... Bin ich zu dumm für einen PC, oder was? So nochmal... 80 Mal später... Ahahahahahahaha Ahahahahaha Ahahahahahahaha Ahahahahahahaha Mmh Es musste sein Ich muss nur an Ihnen vorbei Klingt doch nicht immer so wie ein Roboter Ist schon schlimm genug, dass Apple meinen HomePod kaputt gemacht hat mit der Software. Hört sich jetzt schon an wie so ein Roboter Nee, meine Zauberei reicht nicht bis dahin Müssen wir einfach nur hin da rennen, oder was? Ach, meine Fresse Oh, jetzt sind die da drüben Das kann ich doch theoretisch Das hier oben machen, gell? Das ist ja schnell unbeschützt Nein Ich fang grad erst an So, wo sind wir jetzt hier? Ach nee, komm da jetzt Oh, wir sind jetzt hier in dem Raum Du weißt doch, was mit Mädchen passiert, die nicht lieben, mitspielen Sie werden bestraft Nee, oder? Ja Von riesigen Robotern Schau dir auch hier runter Bitte nicht Bitte nicht Oh Gott, das will Aber der hätte uns dahin verstecken können So, die läuft bestimmt gleich wieder zurück, gell? Wer scheint mir denn hier die ganze Zeit? Achso Hier, gute Nacht Gute Nacht Eins bis zwei Stunden Aufnahmen Was, ich bin halt auf Whatsapp Heiß begehrt Auch wenn wir rennen, wir sind halt leise Wir machen halt keine Geräusche Was können wir mit dem Kraut machen? Ah, wir können es benutzen Jetzt weiß ich, wie man das benutzt, das Kraut Ah, Klopapier Da müsste, glaube ich, das Schlafzimmer sein Wo hier, oder was? Benutzen Nein Gott, das ist jetzt aber gemein Gut, also wenn die Aber immerhin verliehen wir auch nichts Oh, 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 oh Das, das ist böse Oh, zerreißt die uns jetzt? Oder frisst die uns? Die frisst uns Die frisst uns auch Die Zermalpot Zum Glück zeigen sie das nicht Das ist, das ist heftig Aber jetzt müssen wir das hier schon wieder Okay, da ist die Pflanze Oh, jetzt kommt die wieder Ach, Mann Wir müssen auch hier lang, oder? Oder hätten wir in die andere Richtung gehen müssen Oder wir kommen von hier Wir kommen von hier Oh, Mist War es das jetzt? Ne, geht wieder weg Okay, wo kommen wir jetzt hin? Tschüss Nicht so laut Sonst hört die noch uns Und dann Haben wir es geschafft Oder ist da mal die Tür Oh mein Gott Niemand mag Rose Sie ist ein Monster Hey Sie hat unheimliche Kräfte Genau wie ihr Vater Deshalb hat sie überhaupt keine Freunde Hört auf Du weißt, er wird wahr Das stimmt nicht mit ihr Seh nur, sie hat Angst Nein Sie hat Angst, was auf ihr werden könnte Hört auf Hört auf, hört auf, hört auf Ich muss hier raus Ja, es ist Flucht angesagt Den Puppen bekommen Die sehen uns halt überall Du bist also das Mädchen, der keine Freunde hat Soll ich fahre, oben lang, unten lang? Mist Wir hätten unten entlang gemusst Ach nee, hätte man nicht Ah, sag mal Was soll denn das? Wir waren auch mit Oder haben wir das jetzt zu spät gemacht? Hätt die Okay So, jetzt müssen wir wahrscheinlich noch mal losrennen Also ich mach gleich auch für heute Ende Weil Erstens Ich hab jetzt schon Bestimmt drei Stunden aufgenommen Oder über drei Stunden Ich weiß nicht Ich muss ja mal nachschauen Ich will nicht, dass die Festplatte vollläuft Aber dann kann ich gleich die Aufnahme in die Tonne schmeißen Du bist also das Mädchen, der keine Freunde hat Wir möchten mit ihr spielen Nein Will ich nicht Du musst lieb zu deinen Freunden sein Rose, weg, wieder weg Oh, seid still Okay, wir waren zu spät Gut Wissen wir jetzt Was macht ihr? Gefunden? Los, komm Oh, wow Ich glaub, wir haben's geschafft Ja Warum reden sie von meinem Dad Ich kenn ihn nicht mal Nein Keine Ahnung Ich weiß gar nichts über ihn Ich würde es gern Ich weiß nur Er ist für mich gestorben Manchmal Ja Wo sind wir? Bei dir zu Hause Rose Dein Vater ist hier Ich sag doch Es ist Ich sag's doch die ganze Zeit Oder? Hab ich's nicht gesagt? Gut, wir müssen den ganzen Orderkunden untersuchen zu erledigen Wohnzimmer dekorieren Erledigt Wein kaufen In das Esszimmer stellen Check Zusätzliches Geschenk für Rose Aha Ins Arbeitszimmer Ist versteckt Okay Ah, schau mal hier wieder zurück Da wo, ähm Ja, damals anscheinend Mutter Miranda Auf uns gewartet hat Sie ist so winzig Sie ist so winzig Kaum zu glauben Dass sie eines Tages alt genug sein wird Mit ihrem Papa anzustoßen Diese Stimme Ist das Dad? Hier muss ich als Baby mit meinen Eltern gewohnt haben Ich wette Hier gibt's noch mehr Dinge mit Erinnerung an meinen Dad Bei dem Song schlägt sie immer im Takt mit Vielleicht wird sie Musikerin Sag mal, er als Instrument hat er eine Waffe gespielt Schrotflinde Kleinkaliber Messer Panzer Kleinen Mehr fällt mir jetzt grad nicht ein Entschuldigung Aber es muss es sein Ich bin so dankbar, euch beide zu haben Dad Ja, man hat ihn nie von vorne gesehen Es ist immer noch ein Geheimnis Ja Zieh dich in Ruhe um, Rose Rose ist super wählerisch Sie will nichts außer Früchtebrei Hab wohl schon immer Obst gemocht Warte, sind das nicht die Szenen Die wir im Ersten Also Am Anfang von Evil Äh, von Village hatten Sind das nicht die Sachen? Davon kann sie einfach nicht genug kriegen Ich wette, ich musste nie lang nach der Flasche schreien Wir sind doch am Anfang von Village In der Wohnung mit Rose rumgelaufen im Arm Und haben doch die ganzen Sachen hier gesagt Gell Wo wir ja die Sachen erkundet So ein bisschen die Sachen erkundet haben Ähm Wo wir doch Wo wir doch die Sachen erkundet haben Ähm Wo wir sie doch dann schlafen gelegt haben Ins Bett Ja Deswegen Das hat sie wahrscheinlich noch in Erinnerung Das Bad Standard Hier hat sie keinen Spruch auf Lager Erstmal kacken gehen, fett Sollen wir mal schauen Da hinten war glaube ich Rose Zimmer Schauen wir uns hier nochmal um Oh, schau mal da Das ist eine ganz besondere Melodie für uns Das kenne ich irgendwoher Ist schön Ja, es hört sich schön an Und sieht auch cool aus Also wirklich Das DLC Das DLC Das kann ich Jetzt schon Das ist so cool Das kann ich jedem weiterempfehlen Ja Dann gehen wir nochmal In den anderen Raum Ähm Ich kann es wirklich Ich kann es weiterempfehlen Es ist so cool Es ist so cool Macht schon Spaß Es ist so geil Ethan Vergiss nicht Dass Rose Am zweiten Sechs Monate wird Ich mache einen richtig guten Kuchen Also wehe Du frisst ihn nicht Ja Isst ihn nicht Nur Dass du es weißt Ich werde ab jetzt Zu jedem besonderen Einlass Einen Kuchen backen Also immer Jeden Tag Bitte Schieß viele Fotos Für unsere Familienalbum Für unsere Familienalbum Wir haben schon ewig Nicht gesehen Ja Wahrscheinlich Weil sie hier drin lebt Wahrscheinlich nur Zu einer Abstellkammer Hier lebt sie dann Oder es ist Oder das hier Ach Ich weiß Dafür ist sie eigentlich noch zu jung Aber ich fand ihn süß Frag mich Wie wir damit gespielt haben Wetten es ist ein Teddybär Ach ne es ist ein Würfel Achso Ich hab jetzt gedacht Da ist ein Teddybär eingepackt Weil Ist noch zu klein Zum Spielen Hab ich grad wieder Okay Entschuldigung Bin zu blöd heute Hab schon drei Stunden aufgenommen Blick nichts mehr Beim nächsten Speicherstand Ende 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 Ich muss halt die Folge noch mitnehmen Gell Ich bin ja Ich hab ja jetzt eine Woche Urlaub Und muss ja das Zeug auf dem iPad schneiden Ich hab nur 256 GB Speicher Und hab mir noch eine externe Platte geholt Für 512 GB Aber Ich denke Das wird nicht reichen Achso Kann man nur wieder zumachen Ich denke das wird nicht reichen Ich muss das irgendwie In die Cloud laden Und dann da irgendwie runterladen Und ja Das wird geil werden Ich freu mich schon Ah der PC Achso Hä Das kann hier nicht verwendet werden Ich frage mich Ob sie mir später mal ähneln wird Ich sah so glücklich aus Aha Ja warum auch nicht Ein Schubladen Ein Schlubladenschüssel Wird ihr der Strampler etwa schon zu klein? Kaum zu glauben wie klein ich mal war Fett geworden Das kleine Säulein Das kleine Schlubblicke Wie schnell sie wächst Sie wird von Tag zu Tag größer Dieses Bettchen ist so klein Ein kleines Bettchen Für ein kleines Babylein Für Rose Am 2. Februar wird Rose 6 Monate alt Dieses halbe Jahr Verging wirklich wie im Flug Ich wollte diesen Moment Und meine Gefühle festhalten Also habe ich sie aufgeschrieben Ist aber glaub Ich ein bisschen sehr schnulzig Geladen Wäre jedenfalls peinlich Wenn jemand das lesen würde Habe es also fürs erste In eine Der Kommodenschubladen getan Und den Schlüssel zur Schublade Hinten an meinem Lieblingsfoto versteckt Ihr Mist Müssen wir jetzt Fotos umdrehen Was ist denn ihr Lieblingsfoto? Wo könnte Im Bad bestimmt Wo könnte Bestimmt unten Ihr Lieblingsfoto Gerade nicht verfügbar Okay Der Gärtsche Achso Ach da kann man auch speichern Also Dann wird hier mal Fett gespeichert Das ist hinter Ihrem Lieblingsfoto Wo ist denn Das Lieblingsfoto? Das müsste ja irgendwo In der Wohnung sein Ich bin nur blind Ich habe ja meine Brille jetzt abgegeben Weil ich neue Brillengläser bekomme Bei mir gibt es tatsächlich Eine Verschlechterung Oder Ja Also es gibt Eine definitive Verschlechterung Vor meinen Augen Und Wenn ich aufpasse Wird das immer schlimmer Irgendwann sehe ich gar nichts mehr Ne Das ist es nicht Ist ja kein Bild Bloß jetzt nehme ich halt Ohne Brille auf Und OMG Also ihr Lieblingsbild Also ich bin jetzt noch ein bisschen rumgerannt Aber ich finde keins Ich weiß nicht Vielleicht haben wir es schon verpasst Achso das haben wir schon gelesen Achso äh Schublade Ein Brief Ein Brief an mich? Mhm Von der Vergangenheit Oder von der Zukunft Alles Gute Kleine Rose Mein Geschenk Ist ein Versprechen Ich bin immer für dich da Was auch passiert Ich werde jedes Jahr da sein Wenn du deine Geburtstagskerzen ausbläst Ich werde dir Frühstück machen Und dich jeden Tag zur Schule bringen Ich werde da sein Wenn du schlecht geträumt hast Und dir vorsingen Bis du wieder einschläfst Ich werde dich umarmen Wenn du Kummer hast Und dir sagen Dass alles wieder gut wird Du Bist mein Ein und Alles Vergiss das niemals Dad Niemand liebt dich Ähm Sag mal Was ist denn Vor allem da ist hier doch eigentlich sicher In dem Haus Wer war denn das jetzt schon wieder? Ist das die Verkommene Rose? Weißt du was? Die Abtrünnige Dieses Ding Das du suchst Ist nicht hier Du Hast den reinigenden Kristall nicht? Hm Natürlich nicht Für den Musst du tiefer gehen Viel tiefer Amorose Sie kann niemandem trauen Warum tust du das? Niemand Liebt dich Und wenn du stirbst Wird niemand Um dich Trauern Genug gespielt Jetzt Erseugst du Ich muss aus diesem Haus raus Niemand das Haufen So schnell aus der Hütte raus Ich war zuerst Zuerst Warum Will ich sie nur dich Wovon redest du verdammt? Hier ist andere Richtung Ja Hä Hä Wo müssen wir lang Jetzt sind wir da Hä Jetzt waren wir gerade im Nirgendwo Genug gespielt Jetzt Erseugst du Ja aber Ich war zuerst da Zuerst Da müssen wir ja lang Warum Will sie nur dich Wovon redest du verdammt? Also Pilz kaputt machen Und dann ab Dann müssen wir schnell sein hier Du bist absolut nichts wert Was ist dein verdammtes Problem? Lass mich durch Ah schau mal da Du bist einfach zu gierig Jetzt So viele Freunde Doch es ist nie genug Ja wir müssen durch die Tür ganz schnell Weg Habe ich jetzt ausschließlich auf X gedrückt? Schnell 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 Ach da ist noch eins Oh oh Dann kommt die Eile wieder Lauf Um Himmels Willen Das wäre nur meine Gelegenheit gewesen Sie sollten nach ihrem Tod Hier zu mir kommen Was? Hör auf Wie bist du überhaupt hier? Um Himmels kann er doch was ausrichten Michael Ich Michael Ja wir sind Wie immer Ihr könnt immer noch nicht raus Was ist das denn für ein Horrorhaus? Kräfte an ihr benutzen? Wenn sie schwach ist kann ich helfen Gut Dann testen wir das mal Was steht da? Make Sure Your Was? Bereite dich gut vor Maria wie denn? Wir kriegen ja jetzt nicht unbedingt Irgendwie Leben Wieder Ach geht nicht Hä? Wir können doch nicht Hä? Ach so Ah Bereite dich gut vor Ja Ach so Jetzt steht das hier Ganz ruhig Du schaffst das Ich will nochmal speichern Ich schaff das Dunkelheit und gottessegen Lalalalalalalala Du entkommst nicht NIEMALS Na komm Ich war so ein liebes Mädchen Hä? Hm Mh Sie Ich muss einfach wegrennen Oder was ist jetzt? Weißt du Muss man machen Wenn sie geschwächt ist Dann kann er helfen Aber er sagt nicht Dass wir einfach wieder rennen müssen Rennen Rennen um dein Leben Einfach nur, du schaffst das. Ja, wo lang? Da kommen wir nicht durch. Toll. Ah. Gein schön wilden die, Alter. Aber sie sind wie besetzt, von ihrer blöden alten Rose! So, jetzt? Völlig zugereistet. Wärst du nicht geboren, wäre alles perfekt gewesen! Ah, da bist du mit Martin. Alles gut! Nein. Ich war besonders! Ah, C! Shit. Du bist ein Mist! C! Das wird... Wo ist er? A! C! Oh, das ist dumm mit dem, mit dem Siegen. Wo? 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 Da, 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 schnell! Komm, lauf! Ein Mist! Ein Monster! Ohne Freude! Du hast mich? So, jetzt wieder? Ach, Mist. Zähl! Fokussier auf deine Kräfte länger, ich helfe dir. Nein! Aufhören! Okay. Ja! Ich kann nicht glauben, wie nutzlos ich bin! Kein Wunder, dass mich niemand liebt! Ich kann nicht glauben, wie nutzlos ich bin! Was ist jetzt? Was ist jetzt? Geh weg! Das ist alles deine Schuld! Nein, ich hab nichts getan! Und nie im Leben bekommst du, was du willst! Rose, pass auf! Gebt nicht auf, Rose! Finde den Kristall! Ja. Ethan! Willkommen zurück! Unter den... Naja, Sterblichen, würde ich mal sagen. So, jetzt geht's ins nächste Kapitel. Bin ich mal gespannt, jetzt fliegen wir noch tiefer. In dem wieder, mir zieht nur ein. Noch tiefer. Noch stärkere Gegner. Noch schlimmer das Ganze. Und noch gefährlicher. Sind wir jetzt im Dorf? Immer noch Michael. hat mich gerettet. Aber er hat's nicht geschafft. Er klang... genau wie Dad... ist Michael... mein Vater? Gebt nicht auf, Rose! Finde den Kristall! Dank ihm... kann ich weitermachen. Ich muss diesen Kristall finden. Ja, aber... Ich muss weiter. Wenn auch ohne Hilfe. Ich würde erst mal sagen... Bitte nicht den Kristall finden. Ich würde gerne speichern und Folgenende machen. Ach! Wie auf Stichpunkt. Speichern. Nochmal. Okay, gut. Deswegen würde ich jetzt erst mal sagen... Dank fürs Zuschauen. So, machen wir diesmal so. Dankeschön fürs Zuschauen. Für... Shadow of Rose. Erstmal für diese Folge. Wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Aufnahmesession. Deswegen Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dahin. Und... Ciao!